Perle Alalia, Züchter des Alhambra Arabians, Österreich und Besitzer des Gestüt Pata, der Manuela Pata, hier in Österreich. Herzliche Gratulation zum österreichischen Bronze National Champion. Manuela freut sich sicher ganz furchtbar. Könnt ihr die Schleife um den Hengst herum geben für Fotos? Würde das gehen? Könnt ihr die Schleife um den Hengst geben? Geht das? Für die Fotos, das wäre sehr schön. Al Esprit, gratuliere. Bronze Champion National hier in Wels. Senior Hengste. Ja, wo ist denn jetzt ein Applaus? Mein Gott. Auch ein kleiner Züchter hat hier die Chance. Wir haben Manuela Pata ja letztes Jahr da gehabt mit ihrem Dressur-Hengst Padron Ken Sabi, der geehrt wurde. Und nun hat sie einen nächsten Hengst aus ihrem Bestand hier, Al Esprit. Kleiner Züchter schafft hier Bronze Champion. Das hat sich einen ganz großen Applaus, glaube ich, verdient. , wenn die Wahrheit ist das, natürlich eine Kommunikation zusierte. Vielen Dank.